Moin Leute, Debex hier und da sind wir wieder. So, ist er noch da? Oh, ist er noch da? Okay. Diesmal ganz vorsichtig. Da rutscht man aber schon halb Runde, ja? Oh! Okay. Hallo, war es du, der die Bellen des Erwachsenen rief? Ich bin der Primordial Serpent, King Seekafraat. Klosz Freund von der großen Lord Gwynne. Die Schöne Unverwachsenen, die die Bellen des Erwachsenen rief. Ich wünsche dir, dasselbe dein Geist. Du hast so eine Erwachsenheit? Sehr gut. Dann bin ich froh, dasselbe dein Geist, die Schöne Unverwachsenen rief. Deine Geist ist, dasselbe dein Geist. Ich komme nicht mit dem Typen klar. Guck dir mal diese Zehn an, ja? How the fuck? Ist das etwas urgent? Ah, okay, geh ich schon verkaufen, muss Scherbe füttern. Hä? 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 He? Hä? He, okay. Ist das Oke��는... Loft Phantome aus anderen Welten Wow Auge des Todes. Die I of Death. 10.000 ist die Seele. Die Hexentochter. Belax Seele. Ist 10.000 wert. Okay. Ja, ich denk's mal irgendwie, dass ich die nicht verkaufen soll. Ja, mach halt auch nicht. Oben links das Bild. Ein Parasitenei aus dem... Wow! Oben links. Oben links. Ja, okay, ich verkopp' nichts. Ah, dann auf! Zu den Gargolds. Richtig, zur ersten Glocke. Am besten um ihn zu sterben. Ja, das hat's ja schnell. Moment, war das jetzt noch auf die Version, oder? Ja, ich glaub schon. Das hat sich grad so komisch angehört, als ob irgendwer was schießen würde. Nein. Ja. Oh, es ist gut. Zum Schaden. Oh, wie lange schon nicht mehr hier war. Ultra. Ey, wir sind echt aus wie Sonnen. Sparzer Hexer. Oder was ist das? Ja. Mit der Handtaxt. Nee, wie so'n Ritualseelenkiller. Wie irgendein, äh... In irgendeinem... Wir wollen doch mal auf die Schandstadt. Was? Wenn wir sterben, sind wir die Schandstadt wieder. Ach, Moment! Ich glaub' sogar falsch, oder? Du glaub' richtig. Ich glaub' gar richtig, da geht. Das ist schon richtig. Aber ich muss nicht direkt nach oben zu den Gargolds. Das muss ich mir sagen. Das muss ich mir sagen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. So, Leutfeuer. Das ist auch weg. Ja, das ist alles weg. Wow! Was geht da? Warum? Ja, weil die Feuerwehr... Ach, wegen... Ach, klar. Wegen, äh... Müsste aber die Feuerwehrhüterseelen ja immer tot. Aber man kann schon gleich hinter dir rauslaufen. Da geht's gleich um zu... Anorlando. Eigentlich Anorlando, sondern... Da! Stimmt, da müssen wir es lang. Klar. Oh, ich weiß. Ich weiß noch ganz genau, was da gleich kommen wird. Wenn ich zu schnell reinlaufe, ja? Wann? Oh. Ich weiß ganz genau, was kommen wird. So ein... Ähm... Reptilienviech. Oh. Ich hab das... Ich, äh... Hab ja... Vor Wochen... Ähm... Von Psychedelic Snake... Seinen, äh... Run angeschaut. Hat bis jetzt leider noch kein Paar Druck geladen. Hat, glaub ich, bis zu den zwei... Ähm... Bossen da gekämpft. Die eben zu zweit kommen. Ah! Richtig. Und, äh... Da hab ich mir ein bisschen was abgeschaut. Und weiß... Eben jetzt... Eben bis jetzt... Schon, bescheid, wo was ist. Also... Weitesgehend. Na was, alter? Ha! 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 Ja, also... Ich,�... Ich weiß bis jetzt, ja weitgehend bescheid über alles, was es um geht. Ich hatte irgendwie nur einen Erinnerung, ich sollte vielleicht gleich beide locken. Du solltest ein bisschen, äh, Substitte hier reinlocken. War das nicht? Ja, aber nein, du kannst ja Special Technik machen und die Viecher in die Pfeilfalle locken. Okay, ab wann löse ich die aus, die Pfeilfalle? Pfeilfalle. Was? Über das Treten. Schalter. Okay, und wo genau ist er? Wenn du gerade aufrein wirst. Ach echt, stell dir vor. Da sieht man noch auf dem Boden, glaube ich. Ach so, dann hab ich's wohl irgendwie übersehen. Da, warte, du. Oh, ich warte, du wirst du, du wirst, du wirst, du wirst. Kannst du da? Ja doch, das ist es. Hä? Sehr fähig, ich geblock da links. Ist da? Ja. Der, links von mir. Ja genau, da links von dir, ja. Oh Gott, oh fuck, Alter. Oh, 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 oh. Ja gut, so viel zu Feilfalle. Hahaha. Nice. Aber es ist nur einer. Ja, so viel dazu. Ernsthaft? Gewinn! Wow, ich mach ja fast gar keinen Schaden. Cool. Das ist ja wirklich... Oh, keine Angst, du findest auch heute. Coole Waffe. Oh fuck. Nein! Du nudelst. Also, muss ich jetzt auf jeden Fall anders machen. Wie dürfen... Ich sollte nur erst einloggen. Das war gerade extrem fail. Weil ich irgendwie... Ah fuck. Hat jemand besucht? Das war der Einmal noch. Okay. Dann kommst du mit deiner Special Technik. Brrrr. Okay. Ich hoffe mal unser Sparplatz reicht eigentlich überhaupt noch raus, ja. Für die Aufnahme. Oh, keine Ahnung, bleiben wir schon aufnehmen, wie neben seid. Wir sind ein bisschen wie... Settwann nicht mehr auf? Unsere Stunde. Ja. Woher mich nicht will. Ah! Yeah! Sechst an diesen Seelen. Was totally worth it. Verdammt! Ah! Nein! Ha, oh man! Au! Was so... Was war das denn? Und beide. Au! Und das jetzt so taktisch von Vorteil war, weiß ich auch nicht. Ich... Ich bin schade, dass sie sich nicht... Dass sie sich nicht selbst schlagen können. Cool, jetzt blocken sie sich gegenseitig. Wenn sie zu weit kommen, gib ihnen einfach. Gib ihnen einfach! Oh! Das meint ich! Ach komm, hat keinen Sinn. Ich liebe es, wenn die... Wenn die Bosse, die ein bestimmtes Areal versperren... Was heißt die Bosse? Wenn die Viecher, die ein bestimmtes Areal versperren, schon so schwierig sind, dass man nicht mal das Areal betreten kann, ja. Das finde ich immer ganz klasse. Keine Angst, jetzt kommt Special Master, Special Technik hier. Erstmal ein 6.9 zu Zeelen. Wichtig. Hm. Das sind genau die 96 Seelen, die uns gefehlt hätten, wenn wir sie nicht aufgehoben hätten, ja. Ja. Das ist es. Also gut. Zeit für... Das ist wirklich nicht. Ohhhh. Easy. Oh, der hat doch noch getroffen. Oh fuck. Ahhhh. Starker als du. Ich würde hier vielleicht mal... Genau. Ah, okay. It's one on one, ja. Ja gut, auch wenn ich den Engang nicht so mag. Oh fuck. Ja, die Range von dem... Ja gut, das schwärzt halt auch so extrem lang. Oh, er beißt zu. Oh Gott. Ja gut. So ein Schlangenkopf. Ich muss eigentlich auch noch gegen... Ich muss ja nachher noch in den Wald, ne? Oh fuck. Oder? Ja, eigentlich schon. Na klar, dann hab ich ja auch noch den, ähm... Den, äh... Ich hab vergessen, wie der Dämon da unten hieß. Also hier ganz unten. Ah, der Erste, der den Wicke schwert. Ja genau, ne. Der Wolf. Der Wolf? Ne. Ah, wie heißt das nochmal? Rotlichtschmetterling war es nicht, sondern... Nein, ähm... Ach, mir fällt's nicht ein. Ja, egal. Der war so unwichtig. Und so scheiße. Weil... Achso, der... 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 der einarmige, kopflose Typ da. Richtig. War der einarmige, kopflos? Der war einbeinig, kopflos. Ach, einbeinig. Ich hab einarmig verstanden. Der war auch einarmig. Beides. Oh, der war Zauberer. Ja. Du hättest schon lange hingehen können. Der war aber nicht kopflos. Doch. Oh... Hohohoho. Unten, ne? Nein, versuch's nicht mit unten. Da ist der einarmige, einarmige, kopflose. Zwei, drei, vier. Genau, den meinte ich. Ach, genau. Und da unten bekommt ihr auf das Schwert, ne? Auf dem Schwert. Ähm... Doch, also... Auf der anderen Seite gibt's ja... Wenn man beim Feierlingsschwein den Hügel runterspringt und es richtig... hinbekommt, dann, ähm... hat man ja die Möglichkeit, in das Grab von... in so'n Grab unten zu kommen. Ah ja, doch. Ja, klar. Aber das ist... Wenn man dann den Toppen erledigt bekommt, das Schwert von dem oder so. Oh, shit. Oh. Also, du it. Das ist viel zu einfach. Oh, easy as fuck. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, es ist gut. Oh, das war so討 같이. Oh, ich weiß nicht, ich glaub's nicht. Du, ich glaub's nicht. Das ist das G bells angenommen. Nö, ich glaub's nicht. Manacht, ich glaub's nicht. Nö, ich glaub's nicht. Ned, das ist das Gostadath. Ich hab's nicht gefühlt. Nö, ich hab's geschaffen. Leben. Aber alles geplant, ja. Bis ins kleinste Detail. So. Was haben wir da? Große Scherben, da ist. War das die zwei große Scherben? Hinten schon zwei. Oder egal. Das war ein Scherben. Okay. Links, 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 hinter dir. Chiller. Oh, wait. Ah, du, du, du Arsch. Wie du es wusstest. Wie du es von da noch mal wusstest. Du Dreckstag, Els. Oh, da. Genial. Du Penner, Els, gibt's gar nicht. Der hättest euch irgendwas sagen können. Einschlag, Einschlag. Oh. Okay, was genau muss ich machen? Nichts. Immer gut. Was? Der muss beim Felsen hoch. Aha. Oh, der kommt noch. Ja, dann muss ich hoch. Was? Wie soll ich da hochkommen? Der hat dem Felsen vorbei, du hast genug Zeit. Und los. Los. Vielleicht links ja fliegen. Nein, gelogen. Lauf, 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 lauf. Oh. Soll ich gleich wo die Nebel oder? Ich könnte später mal hochgehen. Ich weiß nicht, wo die Nebel. Ich weiß es nicht. Welche Boss kommt da? Kommt der direkt? Ich weiß es aber da oben, glaube ich, du bist. Der Bonnfall wäre auch ganz praktisch. Nein. Gibt sie überhaupt nicht. Doch, aber das ist ziemlich tricky. Genau da oben hin, die, 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 die die Stange hat. Okay. Wohl. Du hast dich mal raus. Was bringt der? Der Hart-Stahl-Ring. Du hast dich auch noch hingehabt. Du hast Stärk-Verteidigung. Du kannst zwei Ringe. Du kannst zwei Ringe haben. Ah, nice. Okay. Das habe ich gesehen. Ah, alles gut. Oh. Ich dachte gerade, da wird noch einer kommen. Okay. Gut. Let's do this. Ja. Okay. Ähm. Ja. Ah. Okay. Ja. Reppeschuss, aber nö. Warum? Okay. No more. Okay. Jetzt ist es witzig. Jetzt ist es witzig. Jetzt ist es witzig. Oh, du, 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 du. Oh, schade. Das war ja so klar. Das ist witzig. Das ist richtig mies, wenn man alle scheiß fein kennt weil er einfach reinlaufen ist ja das ist ja nicht ergreifend holz da ja ich verstehe nicht warum die Waffe nicht zweifel ist Ach, keine Ahnung. Einmal weiterlaufen und schon nichts passieren. Ja, genau, kenn ich. Schon nichts passieren, aber hier ist echt nichts. Das ist hier eine einzige Überlebensparcours. Das ganze Spiel ist eigentlich nicht der einzige Überlebensparcours, aber... Oh! Holy crap! Moment, wohin? Mit dem Stein entgegen? Ja, immer. Ich lauf mit dem Stein. Einfach unten laufen. Okay, okay. Lauf, 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 lauf. Links, links. Die Stein entgegen und ich lauf mit dem Stein. Also, du musst dich schon entscheiden. Passt schon. Hinterhalt. Nein! Sicher. Da ist kein Rieger. Da steht ja nicht umsonst Hinterhalt. Da ist Ruhe im Raum. Da ist schon eine Waffe. Wo sieht denn die Waffe? Oh Gott! 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 Einwandfrei! Ich nehme an die Nebenwider! Ich nehme an die Nebenwider. Ich nehme an die Nebenwider. Ich nehme an die Nebenwiderung. Also jetzt sagst du es spielen. Viel Spaß! Du bist zugegeben, der war gut. Der war unglaublich sozial. Äh, sozial?